hallo und herzlich willkommen bei klaus grillt feines grillt heute macht cool wir machen heute schweinefilet in metaxa soße total lecker und wie man das macht zeigt euch gleich viel spaß dabei wir machen heute etwas größere portionen weil ein paar leute sind die hunger haben naja von daher haben wir gleich mal vier schweinefilets hier so eine eumel vorbereitet die sind komplett unbehandelt also einfach natur dann haben wir hier ungefähr 350 gramm mortellakäse 200 gramm tomatenmark ein teelöffel salz zwei esslöffel zucker hier vorne liegt schon mal ein ganzes liter sahne dann haben wir hier olivenöl ein großes schluck mit taxa ich denke mal so 100 150 milliliter dürften sein dann kleine prise grillpfeffer wenn ihr den nicht habt dann könnt ihr euch den kofen oder nachmischen support ist gemort ihr wisst ja was zu tun ist zum anzünden nachher habe ich hier einen kleinen küchenbrenner da habe ich noch eine schöne große guss fange hier also nehme ich so groß wie möglich dann habe ich noch schneebesen hier zum umrühren und den olivenholzschaber und natürlich wie immer wenn man grillen scharfem messer und brett ich mache es hier offen induktionsfeld auf der seite ich könnte aber direkt auf dem grill machen aber so sehen wir halt alle mehr was hier passiert also er ist eine schöne portion olivenöl in heiße pfanne und darauf braten wir jetzt richtig schön unser tomatenmark an das ist immer richtig schön ja faro bekommt da wirklich mutig sein also das schlimmste was dir passieren kann ist dass da einfach nur sehr kurz den tomatenmark in die pfanne setzt und da nix bei passiert dann mache ich das draußen auch so dass ich mir gleich so einen küchenbrenner hinstelle kleine flamme rüber tue und dann haben wir keine große probleme mit verpuffung da können wir jetzt nämlich so einen lang mit hax darauf tun dann sieht der brennt gleich schön ab ohne dass irgendwie farbe steht das um oder dem grillgut was passiert und da einmal flamieren ziemlich schlecht ist für die große freunde konnte durchaus auch zweimal zu machen und sofort wenn die flamme aus ist kommt unsere sahne dazu und jetzt schön im schnee wies die sache ein rühren und die hitze ein bisschen zurücknehmen und dann alles schön immer richtig aufrühren und dann immer ein bisschen ein reduzieren lassen ganz leicht dann kommt gerne unser salz ran und noch zucker aber ein bisschen viel abgemessen also tatsächlich ist wie echter esslöffel nicht so klauslöffel nehmen wir wollen ja keine süßspeise zubereiten wir wollen eine leckere metaxa sauce haben und jetzt sieht schon mal sehr gut aus oder so wie es ganz genau gesagt ja nicht wegen rühren in der schüssel hier sondern wegen grillen deshalb schmeißen wir jetzt unsere filets hier kommen und rollen die so ein bisschen über den grill dass die schönen farbe kriegen jetzt auch komplett ungewürzt kommt ihr jetzt volle polo für jetzt wenn euer grill nicht so heiß ist dann dauert es einfach nur ein bisschen länger besser die einfach umdrehen können so haben wir das stück für stück für stück innerhalb von drei minuten mit angrillen erledigt aber wir machen auch die große theater damit weil nachziehen tun in der soße die bus darum dass wir den röstung verpassen dass es nachher mal grillen schmeckt so einfach so längst selbst und rollen praktisch in der richtung noch über gröner man schafft wird muss da drin sonst habe ich immer so ein diagonal brauchen muss da drin heute habe ich mal im rechten winkel muss ja auch mal selbst so kreative freiheit am grill ist erlaubt aber wenn unsere freunde so schön gleichmäßig gebreut sind dann nehmen wir die runter so jetzt haben wir schon mal so schnitt markierung kann wo wir durchschneiden und das machen wir auch so immer zwei in der mitte stehen lassen und dann an der dritten stelle durchschneiden hier machen wir das was ich nicht ganz durchschneiden da klappen wir einfach so hoch und stehen ja auch schön drin und so was schön hochkant war schön stücken viel lieber gleich in der pfanne tun können dann schnappen wir uns hier unsere pfanne mit unserer soße und da stellen wir jetzt hochkant hier unsere unser vieles rennt die verteilen wir gleichmäßig die verstecken wir zwischendurch diese angeschnittenen viele inwissen die die müssen ja kein auffallen aber sie sind ja da und hoppala wenn sie verschwunden wenn sie runterfallen ist halt doof das sieht man so schlecht nicht aus oder und dann machen wir ein bisschen grillpfeffer noch hier rüber über die über die vieles weil die komplett ungewürzt und da reicht wo unter uns die mit taxa soße nicht aus wenn die mit taxa so ein bisschen verpasst nicht passiert ja auch nichts und da ist es so praktisch eine schöne melange oder ich liebe das fremdwörter natürlich im falschen zusammenhang zu verwenden und jetzt verteilen wir hier natürlich noch mal ordentlich käse drüber schön den die mozarella auf dem fleisch verteilen das ist da und droht jetzt in der heiße soße und gleich noch mit der oberhetze ein bisschen nachziehen kann und dann wird es perfekt ich freue mir und vor allem der live ist viel hat jetzt angst vor der sahne soße aber tipp von meinem erlebungsberater wenn man dinge mit käse überbäckt sterben die kalorien ab so dann war der spaß so viel rechts brenner dreiviertel allerdings dreiviertel an machen mal ein bisschen licht an das war ein schöner sehen kann und ich will so hier und ich würde sagen wir schließen jetzt einfach mal den deckel und wenn den krägern so um die 200 grad hat dann reicht es wendet ihr zu 20 25 minuten noch mal nachzieht wenn der käse schön zerlaufen ist so vielleicht mal dunkle spitzen oben hat dann wird unser video fertig sein und wenn irgendwer von euch nachmessen möchte dann nimmt der kernthermometer und guckt ob es so um die 65 grad hast du schweinefilet dann ist perfekt 25 minuten sind oben und ich gebe zu ich habe schon geguckt weil euch gleich erwartet aber ich wollte es auch sehen oder ja ja ist das geil oder mega schön der brutzelnde käse da oben drauf die soße daneben da drin liegt das schweinefleisch und eine schöne große volle fange das heißt es reicht auch für ein paar leute also ich habe jetzt das vorgesehen für ungefähr acht leute und wir nehmen es mal runter so kann man nehme ich erstmal so ein filet hier raus mit so einer schöpfkelle und sitz mir die hier ich habe ein bisschen reis darunter gemacht ich bin so sie haben hier auch genug soße diese mir das allerwichtigste bei so bei so essen grundsätzlich finde ich so es ist das allerwichtigste sagt man soße oder soße man sagt immer soße soße sagt man nicht wenn man so so sagt dann ist man uncool mega soße ja es gibt noch ein bisschen angieber petersilie ruf machen da wird es noch hübscher aussehen haben aber nicht haben wir müssen auch nicht jedes mal angieber petersilie machen manchmal kann man die auch so essen wie die normale menschen essen apropos normale menschen essen und gerade normale menschen endlich normale menschen da und bitte wir fangen mal an mit also ich hätte sicherlich mein body double habe ich dabei wir fangen mal an mit mit soße mit soße also auf euch rinnen die hole bierne ich habe auch sagen bierne und ich es gab hier ist mein son so viel leben ich komme die kammer aber ein starren möchte auch so aus gucke mal hier schön war für doch was ein ding ja war noch studiert man schön hier mit dem käse oben drauf oder noch mal in die soße in die tipp der schöner gegen käse verloren schön angegrillt und wenn ihr den griechen meines vertrauens nicht bestellt mittel und wenn ihr beim wenn sie bei einem griechenes vertraut sind oder du solltest du bestellen oder stundenlang stehe ich hier mit aller liebe mit aller liebe und tour alt für den publikum und schmeckt wirklich gut ja ich bin wirklich nicht mit wirklich total geil mit taxa so ohnehin mega schweinefilet toll schön käse darüber kann man nicht falsch machen der bisher muss eine pfanne wenn also ich habe verlinke ich euch mal unter dem video und so fanden die man da wir nehmen kann ansonsten daumen nach oben wohl ohne kommentare oder vielleicht so ein abo voran daher bis zum nächsten mal klaus geld fans grillen barbecue macht sie gut tschüss und schneidere fleisch und ja ja wir schon lange wieder ungastig wo sein schweinefleisch boah ich liebe es rinnen die rohlebeine Dankeschön